Es war einmal eine sehr einsame Steuererklärung. Die fühlte sich leer und spürte sich von den meisten Menschen ungeliebt. Bis sie eines Tages auf den Steuererklärungs-Service des Computerservice Wernli stößt. Dort angekommen, fühlt sie sich sofort wohl. Denn hier wird die Steuererklärung für natürliche Personen erledigt. Das Übliche, was die natürliche Person dazu einreichen muss, steht auf der Checkliste des Computerservice Wernli. Zunächst benötigen wir Angaben zu Personalien, alle von der Steuerverwaltung erhaltenen Formulare, Lohnausweise, Rentenbelege der AHV, der IV, der Pensionskasse und grundsätzlich alle Einkommen aus dem In- und Ausland. Auch Steuerbescheinigungen für Bankkonten, Aktien- und Fondsanteile, Lotto- und Totobelege, wenn zutreffend auch die Lebensversicherung, die Bestätigung für die Säule 3a und Alimentenbestätigungen. Grundsätzlich gilt also, dass alle Vermögenswerte aus dem In- und Ausland eingereicht werden müssen. Schließlich sind Kreditbestätigungen und Steuerschulden, Informationen zu Liegenschaften oder Eigentumswohnungen sowie steuerbescheinigte Krankheitskosten von Ihrer Krankenkasse einzureichen. Mit diesen eingereichten Unterlagen können natürliche Personen Ihre Steuererklärung nun ganz einfach vom Computerservice Wernli erledigen lassen. Von diesem Tag an war die Steuererklärung nicht mehr so einsam und die Menschen hatten keine Angst mehr davor. Lassen auch Sie Ihre Steuererklärung jetzt von uns erledigen und sparen Sie Zeit und Nerven. Schauen Sie noch heute auf www.csw-basel.ch vorbei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017